Was sind das? Das ist doch nur für heute. Hallo, ich zieh die nicht an. Hä, warum nicht? Ich werde nicht mit dir schlafen. Was ist das denn? Was machst du hier? Was ist das denn hier? Voll schön, oder? Oh ja. Hey Leute, wir sind jetzt hier an der Ostsee. Und ja, ihr seht. Sorry, egal. Ihr seht, wir haben auf jeden Fall ganz viel Spaß hier. Du doch auch, oder? Voll schönes Wetter. So zu zweit genießen. Guck mal, hier auch die schönen Blumen. Alles. Das ist voll schönes Wetter. Mach's dir Spaß? Nein. Nicht so? Warum? Ist doch schön mit mir. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich baden, würde ich sagen, oder? An der Ostsee. Nein. Wieso nicht? Und die Klamotten, die ich hier gekauft habe, die gefallen mir doch, oder? Wow. Alles gut? Hm. Was denn? Hey. Du weißt schon, hier sind genug Leute und ich könnte laut um Hilfe schreien und jemand würde mich retten. Du weißt schon, dass ich eine Waffe habe, oder? Das ist dir klar, oder? Ja. Also du bist brav. Das geht's doch gar nicht, ey. Sorry, es bringt nichts, wenn du vor mir wegrennst. Mit wem hast du telefoniert? Es war nur ein Kumpel. Das war... Du hast Dagi Bee gesagt. Es ging um irgendwelche 50.000. Es war nur ein Kumpel. Was machst du denn? Du läufst ihm hinterher, obwohl ich auf Klo gehen wollte. Sorry, aber... Ich war hier und habe gesehen, dass du nicht auf Toilette gegangen bist, sondern du bist da vorne hingegangen, um zu telefonieren. Ja, trotzdem musst du mir ja nicht hinterher spionieren. Und außerdem war das nur ein Kumpel. Okay, ein Kumpel mit dem... So ein Dagi Bee daneben, oder was? Es ging nicht um Dagi Bee. Hast du dich wohl ein bisschen verhört? Okay, wir fahren jetzt in dem scheiß Ferien nach Hause und finden hoffentlich den Nies und dann war es das. Das war's doch echt schön, ne? Ja, es war schön schön, ja. Fällt's dir? Ja. Guck mal, wir sind zu einer Höhle hier angekommen. Du könntest gleich gerne mir warten. Ich muss gleich mal kurz aufs Klo, aber macht dir doch sonst Spaß, oder? Bisher mit mir. Alles cool? Ja. Ja. Das ist echt mega geil hier. Komm, wir setzen uns einfach mal hier hin. Macht echt Spaß, oder? Das ist voll gut. Ich finde es immer auch. Ja. Bisschen. Können wir gerne öfter hier entfahren. Ich würde mal sagen, du bleibst brav hier sitzen. Ich geb dir kurz die Kamera. Ich muss schnell aufs Klo gehen. Du kannst dich ja schon mal umziehen oder irgendwie sowas. Einfach fertig machen aufs Wasser. Ich geb dir die mal kurz. Du bleibst schön hier, ja? Ja. Warte, ich kann diese psychische Scheiße hier nicht mehr ab. Ich halte es nicht mehr aus. Ich will einfach nur zu Jonas. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt wagen soll. Ich halte es nicht mehr. Ich halte es nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Er ist ziemlich weit weg. Ich will es einfach machen. Scheiße. 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 Hast du verstanden? Okay, das ist es. Das könnte es sein, ne? Ja, das ist 100 pro, da waren wir damals. Leute, wir sind jetzt gleich da. Wir sind jetzt, wir sind jetzt da. Ich, ähm... Was sollen wir machen, wenn sie da mit, mit, mit mehreren Männern drin ist? Oder, oder Leuten, die Waffen haben oder so? Ich würde sagen, dann haben wir erstmal die Polizei, oder? Okay, dann... Alleine reingehen ist ein bisschen schlecht. Warte, ich fahr hinten rum, ich fahr hinten rum, dann könnt ihr das nicht sehen. Moment. Moment. Ey, da stehen sogar Autos, oder? Da stehen Autos. Mhm, da ist sogar Wäsche draußen. Okay. Okay, wir zeichnen das alles auf, damit wir... ... was haben, falls wir... ... falls wir Beweise liefern müssen, okay. Okay, ich mach die Mutter aus. Okay. Ich schau einfach mal durch die Tür. Okay. Leute, wisst ihr, ich glaube, das ist die beste Art, sich hier... Okay, Moment. Okay. Scheiße. Ist hier noch irgendjemand? Okay, man kann nicht sehen. Vielleicht gehe ich kurz hinten rum. Scheiße, Leute. Wir haben keine Ahnung, wie viele das sind, oder ob es überhaupt hier ist. Ich meine, vielleicht machen hier auch gerade nur Leute einfach nur Besuche. Ich weiß nicht, ob wir einfach klingeln sollen. Moment, ich gehe kurz. Marie? Marie, ich weiß überhaupt nicht, ob hier Leute sind und dann... ... äh... ... Marie? Wo ist die denn jetzt hin? Ach du Scheiße. Leute, ihr Koffer ist weg. Hier war einfach ihr... Hier war einfach ihr Koffer. Hier ist einfach... Es ist nichts mehr da. Scheiße. Okay, Leute, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich vorgehen soll. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich vorgehen soll. Ich werde... Ich werde einfach klingeln. Ich werde klingeln. Ich werde klingeln. Vielleicht macht ihr nur, ich werde klingeln. Scheiße. Ist jemand da? Scheiße. Fuck. Siehst, was wir davon haben, ja? Das tut voll weh. Ja, das hätte mir doch sparen können. Jetzt muss es einfach so sein mit den Handschellen. Hast du Pech. Und weißt, was wir jetzt machen? Kannst dir denken? Scheiße auf den Strand. Wir gehen jetzt in die Sauna. Wir beide nackt. Komm. Nein. Doch. Ist deine Schuld. Scheiße, Kamerad. Komm. Au. Ich wollte nicht so rum jetzt. So. Komm, wir gehen. Leute, folgen der Katastrophenplan. Ich muss... Ich muss einen Weg ins Haus finden. Es gibt keine anderen Optionen. Es gibt zwei Szenarien. Entweder hier sind Leute gerade einfach... Das sind die Autos von den Leuten, die da vorne stehen. Da vorne. Das sind einfach irgendwelche Besucher, die hier gerade das Ferienhaus angemietet haben. Und Denise ist gar nicht hier. Oder Möglichkeit zwei, weil das unser Lieblingsort ist. Denn in Holland ist Denise nicht. Weil das unser Lieblingsort ist, ist Denise irgendwo hier drin gefangen. Und deswegen muss ich gucken, ob es hier ein... Ich gehe doch mal außen rum. Ich weiß, dass es hier eine Terrasse gibt. Hier. Hier gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wo du nicht sein könntest. Wenn man hier rein filmt. Scheiße. Am besten wenn ich leise. Scheiße. Scheiße. Es ist alles zu. Ich weiß nicht, ob man das Dach hochkommt. Scheiße. Okay. Okay. Es sieht eher so aus, als würde ich in einer Gastfamilie wohnen. Ich gehe mal. Excuse me? Okay. Es sieht einordentlich so aus, als würde hier irgendwer einfach wohnen. Ich gehe mal. Hallo? Hallo? Scheiße, das ist Denise Jacke. Ist das Denise die Leerke? Wenn die von Bershka ist... Das ist Denise Jacke. Scheiße. Das ist eindeutig Denise Jacke. Hallo? Fuck, Alter. Ich habe keine Ahnung, wo ich... Scheiße. Ich habe keinen Plan. Ich habe... Das Problem ist, Leute. Ich habe... Ich weiß einfach nicht, wie wir... Wie wir... Wo... 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 What the fuck? Scheiße. 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 Wo soll die denn sein? Die Ursache ist noch nicht gefunden und das ist das Problem. Was hast du gerade mit dieser Marie gesagt? Sag es nochmal für die Kamera. Ich hoffe, dass wir hier otros können. Gott nicht. Ichowsko erheb. Diemilzeit. Wirredig. Für mich, Co trucks. Bis zum nächsten Mal.